Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C-Sharp. So, dieses Mal geht es um diese Dinger hier, nämlich Namespaces. Und Namespaces sind ziemlich cool, vor allem wenn man große Projekte hat und eventuell Sachen von anderen Leuten importiert oder was weiß ich, kommt häufiger vor, als man denken würde. Und ja, hier hinten dran kommt dann einfach der Name von dem Namespace. Haben wir bisher schon immer automatisch drin gehabt, aber jetzt möchte ich euch erklären, warum. Hier hinten drin kommen dann so Sachen wie Main-Programm oder keine Ahnung was sonst. Also, es gibt auch einen Verweis in, nein, hier ist er nicht drin, in den Verweisen, Properties, Entschuldigung. Und das hier ist der Standard Namespace. Da muss rein, wo die Main-Funktion drin ist. Wenn man da zum Beispiel jetzt mehrere, also es muss nicht unbedingt sein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Sachen nicht funktionieren, wenn man hier was Schlechtes angibt oder halt irgendwas, wo die Main-Funktion nicht drin zu finden ist. Da kann es mal zu Fehlern kommen, wenn man ganz spezielle Sachen macht. Keine Ahnung, was das da genau war. Auf jeden Fall in den Properties kann man hier den Standard Namespace eingeben. Und, ja, so, schauen wir einfach mal. Wir kopieren uns jetzt mal diesen Namespace. Und fügen den hier unten mal ein. So, und jetzt wollen wir noch einen neuen Namespace haben. Namespace Vektor. Das ist die Klasse vom letzten Mal, für die die das letzte Mal nicht zugeguckt haben. Es war einfach ein schicknormaler Vektor. Wir haben hier dieses Plus überladen. Okay. Und, ja, jetzt kriegen wir erst mal Probleme. Weil Vektor ist ein Namespace, wird aber wie ein Typ verwendet. Vektor Namespace. Ups, Space, genau. Vektor Namespace. So, und jetzt haben wir hier das folgende Problem. Wir wollen den Vektor finden, aber wir finden ihn nicht. Nämlich nicht in diesem Namespace. Wir gucken als erstes immer in dem Namespace, in dem wir gerade sind. Sprich, wenn wir hier diese Main-Funktion irgendwie aufrufen, also standardmäßig am Anfang, dann suchen wir nach einem Vektor innerhalb von Console Application 4. Nach einer Klasse Vektor. Das Problem ist, dass wir die Klasse Vektor in dieser Console Application nicht finden können. Und deswegen gibt es hier Using. Diese Using-Direktiven, die importieren andere Namespaces, beziehungsweise andere Klassen aus Namespaces. Hier haben wir die Auswahl zwischen Vektor Namespace.Vektor. Das wäre dann, wir importieren nur die Klasse und sonst nichts. Oder zwischen dem kompletten Namespace. Und deswegen benutzen wir den komplett. Und dann steht er uns für das komplette File zur Verfügung, also für alle Namespaces hier, nämlich auch für den. Wir importieren jetzt quasi ihn selber in sich rein, warum auch immer. Wir liefern sozusagen einfach bloß den Verweis da drauf. Und ja, die Klammer stört mich da. Genau. Statt das jetzt über Using zu machen, könnten wir das Ganze auch, ich mache das nochmal raus, die Klammer stört mich immer noch. Man könnte auch einfach schreiben, okay, Vektor Namespace, Punkt Vektor. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Das müsste man aber überall extra hinschreiben, überall, wo wir diesen Vektor benutzen. Und das ist ziemlich aufwendig. Deswegen ist die Using-Direktive, glaube ich, der angenehmere Weg. Und ich lösche das mal wieder. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt, so geht das auch. Das ist sozusagen wie so ein Obersammler für alles. Und diese Using-Direktiven, da sagt man dann einfach, okay, ich benötige das, ich möchte es benutzen. Gib mir alle Funktionen und so weiter und benutzen wir die einfach mal hier weiter. Achtung bei folgendem. Wir können jetzt logischerweise auch noch eine Public-Class-Vektor hier drin haben. Dann haben wir aber das Problem, wenn ich das jetzt hier starte. Okay, wir haben kein Problem. Aber es wird automatisch der nähere Vektor verwendet. Also wir haben jetzt hier quasi zwei Klassen mit gleichem Namen. Was jetzt aber passiert, um euch das zu zeigen, lösche ich einfach mal hier den überladenen Operator. Was jetzt hier passiert, wir holen uns automatisch den Vektor aus dem näheren Namespace. Sprich, wir holen nicht den aus dem importierten, sondern wir holen den aus Console Application 4. Und da wir hier den Operator Plus nicht überladen haben, haben wir hier unten einen Error. Sprich, wir haben tatsächlich diesen hier benutzt und nicht den Vektor aus Vector Namespace. So, also man kann jetzt mehrere Klassen haben, die gleich heißen und man nutzt einfach immer die nähere Klasse. Das ist alles, was ich euch damit zeigen wollte. Ja, was auch geht, sind sogenannte Nested Namespaces. Man kann Namespaces innerhalb voneinander definieren, was ein bisschen komisch ist und was man auch echt selten braucht. Aber ich möchte, dass ihr hier alles mal kennengelernt habt. Also wir sagen hier einfach Namespace Vektor, ja, sagen wir einfach 2D Vektor dazu, denn es ist ja im Prinzip ein 2D Vektor. Und deswegen ist das jetzt hier ein Namespace nur für diese Klasse, für den zweidimensionalen Vektor. Wenn wir jetzt hier noch sagen, okay, wir holen uns noch ein Namespace für den dreidimensionalen und so weiter, dann macht das vielleicht sogar ein bisschen Sinn. Allerdings braucht man dann noch mehr Using Direktiven, nämlich dann brauchen wir hier drin unter Using Vektor Namespace noch den Namespace von dem Inneren, den wir auch benutzen wollen. Also Vektor Namespace.Vektor2D. Und das ist das, was ihr schon relativ häufig gesehen habt, wenn man irgendwie hier oben schaut, System.Collections.Generic, warum auch immer ich die importiert habe, das ist ein Namespace, äh, das ist ein Namespace in einem Namespace in einem Namespace. Und so wird es immer mehr verschachtelt und mehr verschachtelt, das ist wirklich kompliziert. Also hier sehen wir System hat richtig viele Namespaces, nämlich das hier und das hier und das hier und dann noch die hier. Also da gibt es Haufenweise und die sind dann halt so unterteilt. Macht schon Sinn, denn man kann die auch auslagern. Man kann jetzt hier auch den Namespace Vektor Namespace in eine zweite Datei nehmen. Also hier einfach eine neue Datei erstellen, ähm, hinzufügen, neues Element, eine neue Klasse, ups, die heißt jetzt Class 1 und da sagen wir einfach, okay, hier haben wir den Console Application 4, den wollen wir nicht. Wir wollen hier jetzt noch einen Vektor Namespace haben und definieren uns jetzt hier drin eine Class 1. Diese Class 1 würde importiert werden, automatisch, wenn ich hier das hier schreibe, also einfach nur Using Vektor Namespace. Aber dann würde das hier nicht importiert werden, das wird nur importiert, wenn ich hier Punkt Vektor 2D habe. Und deswegen kopiere ich das jetzt unten drunter und habe den Kram von der anderen Klasse auch automatisch drin. Und so weiter und so fort, das heißt ihr könnt hier jetzt weitermachen und noch einen Namespace reinschreiben und brrr. Also, ja, so kann man sozusagen seine Pakete verwalten, so ein bisschen. Ähm, ja, ich hoffe ihr konntet folgen, im Prinzip ist das Ganze nicht so schwer, versucht euch einfach auf ein paar Namespaces zu beschränken und dann war es das auch schon wieder. Ähm, genau. Also wenn ihr kein riesengroßes Projekt habt, dann reicht da wirklich dieser eine Namespace, den man standardmäßig hat. Okay, dann ich hoffe es hat euch wieder mal gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.